Willkommen in der Praxis von Angelika Remiger. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Kinesiologin ist es ihr Ziel, ihre Klienten dabei zu unterstützen, ihr Leben wieder selbst in den Griff zu bekommen. Dafür bietet Frau Remiger psychologische Beratung oder Gesprächstherapie in Kombination mit Kinesiologie an. Bei Schulproblemen kann sie durch das Lösen von Lernblockaden mit Kinesiologie sehr erfolgreich weiterhelfen. Vereinbaren Sie doch einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch.